Brigitte Mertens und Klaus Speckels sind die Elzfleta des Jahres 2014. Vor rund 70 Gästen wurden die beiden am Sonnabend beim vierten Jahresanfang der Nordwestzeitung in den Räumen des Fachbereichs Sechfahrt der Jade Hochschule auf dem Elzfleta Campus ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde zum zweiten Mal gemeinsam von der Nordwestzeitung und der Oldenburgischen Landesbank veranstaltet. Brigitte Mertens hatte 14 Jahre lang ihren Ehemann Peter Mertens zu Hause gepflegt, der nach einem zweiten Schlaganfall gelähmt war. Der Ehemann verstarb am 7. November 2014. Klaus Speckels gehört der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Fleet seit 1974 an. 24 Jahre lang war er Ortsbrandmeister. Er wurde stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Feuerwehrleute geehrt, die 365 Tage im Jahr bereitstehen. Die beiden Geehrten, Brigitte Mertens und Klaus Speckels, wurden jeweils mit einer exklusiven Ehrennadel aus Silber, eine Urkunde, einem Blumenstrauß und einem Geldbetrag geehrt. Untertitelung des ZDF, 2020